Ich möchte Sie hier in die sozialen Netzwerke und Plattformen einführen und dazu nutze ich das Bild einer Landkarte. Ich werde Ihnen einige Gebiete und Regionen zeigen, wo sich besondere Menschen mit besonderen Eigenschaften und Interessen treffen und Ihnen dazu auch beispielhaft ein paar Namen dieser Angebote und Anbieter nennen. Wenn man heute von sozialen Plattformen spricht, meint man in der Regel soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke sind Angebote, die sich damit auszeichnen, dass man hier vor allem über Freunde von Freunden Funktionen agiert. Das heißt, man kann sich Kontakte auswählen und kann nicht nur mit den eigenen Kontakten, sondern auch mit den Kontakten von den Kontakten interagieren. Die bekannteste dieser Plattform ist wahrscheinlich aktuell Facebook. Ich würde auch Twitter hier hinzu zählen und natürlich gibt es hier ganz unterschiedliche Personen, die gerne mitmachen. Bei Facebook wissen wir, dass es zwar zunehmend ältere sind und auch sehr alte Teilnehmer, dass aber auch Jugendliche und Kinder weiterhin hier Interesse haben, obwohl die Teilnahme erst mit 14 Jahren möglich ist, offiziell. Dann gibt es auch sehr viel professionellere Plattformen und soziale Netzwerke. Da zähle ich zum Beispiel das LinkedIn und auch Xing dazu. Hier trifft man sich eigentlich vor allem aus beruflichen Interessen heraus und lernt potenzielle Partner und Kunden kennen. Die Angebote, die ich hier unter dieses Gebiet soziale Netzwerke gezählt habe, die hier stehen, sind übrigens nicht die einzigen. Natürlich gibt es auch andere. Beispielsweise kann man auch Google Plus dazu zählen oder Chappie, Netlog und vielleicht gibt es auch noch Personen, die StudiVZ oder MeinVZ kennen oder zumindest mal davon gehört haben. Dann gehört aus meiner Perspektive auf die Landkarte der sozialen Plattformen und Netzwerke auf alle Fälle auch ein großes Areal der gemeinsamen Macher. Gemeinsam etwas zu machen ist beispielsweise mit der Wikitechnologie möglich und hier würde quasi als wahrscheinlich Vorzeigeprojekt und Hauptstadt dieser Region die Wikipedia zählen. Andere Tools, die das gemeinsame Arbeiten am gleichen Dokument ermöglichen, ist beispielsweise auch das Etherpad oder von Google Drive das Google Docs System. Andere Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu machen, sind auch die Anwendung Dropbox oder auch das gemeinsame Anfertigen von Lesezeichen, also das Social Bookmarking oder auch Pinterest. All diese Webangebote und Plattformen werden natürlich vor allem von Leuten genutzt, die eben gemeinsam was machen wollen, die darauf angewiesen sind, weil sie sich räumlich nicht ganz nahe sind oder weil sie einfach am Rechner sitzen und hier schnell gemeinsam Zugriffe haben wollen oder was gemeinsam entstehen lassen wollen. Typischerweise sind das Personen, die international arbeiten oder auch verteilt und auch viele Studierende greifen auf diese Tools zurück. Eine weitere Region auf dieser Landkarte ist das Archipelago der Selbstdarstellung. Das ist eine Inselkette mit einigen Tools und Personen, die vor allem Werkzeug nutzen, mit denen man die eigene Arbeit, die eigenen Gedanken, die eigenen Projekte vorstellen kann. Das ist natürlich ein bisschen gemein die Bezeichnung der Selbstdarstellung und natürlich impliziert das auch Möglichkeiten der Selbstreflexion. Und all diesen Angeboten hier ist es auch durchaus gemein, dass man auch kommentieren kann und dass man sich vernetzen kann. Aber im Vordergrund stehen Ebenen, die eigenen Produkte. Dazu gehören zum Beispiel Weblog-Anbieter. Ich habe hier WordPress genannt als den Namen einer Insel. Dazu gehören für mich aber auch Medien-Content-Anbieter und Seiten, wo man diese Medieninhalte hochladen kann. Beispielsweise Flickr als Anbieter für Fotos, die man selber dort positionieren kann oder YouTube als Möglichkeit eigene Videos hochzuladen und anderen zu präsentieren. Wer nutzt solche Tools? Es nutzen Personen, die aus unterschiedlichen Anliegen heraus ihre Gedanken teilen möchten, ihre Projekte, ihre Produkte, ihre Musik, ihre Bilder, ihre Videos und hoffen auf die Art und Weise vielleicht auch auf Gleichgesinnte zu treffen. Wenn ich hier geschrieben habe, Archipelago der Selbstdarstellung ist natürlich ein bisschen eine kleine Gemeinheit, weil es durchaus auch Personen sind und sein können, die die Tools einfach nur nutzen, um ihre Arbeit selber für sich zu dokumentieren und hier auf öffentlich zugängliche Plattformen ausweichen, weil sie einfach oft sehr smart sind und diese Arbeit auch für sich selber sehr gut unterstützen. Bei YouTube zum Beispiel sind sehr sehr viele Jugendliche und junge Menschen unterwegs, die eigene Clips hier hochladen und es gibt auch sehr viele bekannte YouTube Stars, die von vielen Erwachsenen gar nicht als solche erkannt werden oder bekannt sind, weil sie einfach fernab der Wahrnehmung der öffentlichen Medien agieren und Verbreitung finden. Auf der Landkarte gibt es auch ein großes Gewässer, den Ozean der Tausch- und Business-Plattformen. Zum einen sind das Angebote, wo man als privater Verkäufer Dinge verkaufen kann anderen. Hier ist beispielsweise Ebay zu nennen oder auch Amazon. Die haben ja auch ein Programm, wo man alte Bücher über Amazon verkaufen kann, also wo wirklich Endkunden mit Endkunden agieren können. Es gibt als kommerziellen weiteren Anbieter auch Airbnb als relativ bekannten Anbieter für Möglichkeiten, Unterkünfte zu buchen, private Unterkünfte, aber auch kommerzielle. Und es gibt natürlich auch eine Reihe von Angeboten, die dafür gedacht sind, wirklich reines Tauschverhalten und auch kostenlose Angebote anzubieten. Dazu gehören zum Beispiel die Übernachtungsbörsen, die unentgeltlich laufen und andere spezialisierte Webplattformen. Ja, Benutzer sind zum Beispiel zum einen natürlich Personen, die einfach hier ein Business im halb privaten Bereich machen möchten oder auch einfach ihre alten Sachen loswerden möchten und die Angebote der großen Betreiber dafür nutzen möchten. Oder auch eben Personen einfach, die Spaß haben, ihre eigenen Dinge im Tausch anzubieten, neue Erfahrungen im Gegenzug zu erhalten und anderes. Und dann muss ich jetzt noch ein bisschen Platz schaffen hier für die Bezeichnung des Meeres in der Mitte. Auch da bin ich ein bisschen frech. Ich nenne es mehr das Gequatsche, ein Grundbedürfnis der Menschen und ganz essentiell für Soziales. Es geht ja hier um soziale Medien und Plattformen, wo all die Applikationen hingehören, wo einzelne Personen miteinander sprechen, also zwei Personen miteinander sprechen oder mehr oder Gruppen. Da gehört beispielsweise die App WhatsApp dazu, aber auch die Anwendung Skype. Dazu würden auch Mailinglisten gehören, also alle Anwendungen, wo definierte Gruppen sich miteinander unterhalten können. Und dann natürlich jede Menge Belangloses auch ausgetauscht wird. Natürlich werden all diese Anwendungen natürlich auch für professionellen Austausch genutzt. Aber vermutlich ist der Großteil des Gesprächs doch eben Belangloses und Smalltalk. Bei diesen Kommunikationsdiensten ist immer auffällig, dass man natürlich vor allem auf Dienste zurückgreift, die der eigene Freundeskreis der Kollegen nutzt, weil nur dann macht es Sinn, auch so ein Tool zu nutzen. Also man ist auch relativ unflexibel, wenn man sich quasi mit seiner Clique mal für ein Tool entschieden hat. WhatsApp ist beispielsweise das Tool der nachwachsenden Generation. Und vermutlich wird es auch für die Jüngeren dann wieder eine eigene Anwendung geben, auf der wir Älteren uns erst mal nicht so wohl fühlen und auch gar nicht so tummeln können, weil wir einfach unsere Kontakte schon eingeschworenerweise auf anderen Plattformen treffen. Ja, soweit zur Landkarte der sozialen Plattformen und Netzwerke aus meiner Sicht. Anzumerken bleibt, dass natürlich einige der Tools und Werkzeuge, die ich vorgestellt habe, vielleicht auch mit guten Begründungen anders zu verorten sind. Und anzumerken bleibt auch, dass die Darstellung, die wie ich sie hier gewählt habe, nicht unbedingt diejenige ist, die von anderen auch so gewählt wird. Und es gibt auch Möglichkeiten, auch welche Sie schon kennengelernt haben, die hier andere bedeutsame Merkmale identifizieren bei der Präsentation von sozialen Plattformen und Netzwerken. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass die Darstellung von sozialen Plattformen und Netzwerken in der Präsentation von sozialen Plattformen in der Präsentation von sozialen Plattformen in der Präsentation von sozialen Plattformen in der Präsentation von sozialen Plattformen.